Es sieht ein bisschen mühsam aus, was der Markt aktuell hier fabriziert. Er kommt nicht so richtig aus dem Quark, hat man den Eindruck. Es sieht echt danach aus, als ob wir die Kiste, die wir hier beim Dow Jones, ihr seht hier YM, das ist der entsprechende Feature da drauf, die wir mal eingezeichnet haben. Sie liegt ungefähr, ihr seht das hier, 33.666. Na, wenn das nicht teuflisch passend wäre. Die Kiste kann ein bisschen drüber liegen. Das Tief wäre hier um die 38.20er Marke. Wer sich jetzt wundert, du sagst doch immer sonst 38, 50, 61, 8. Jawohl. Aber in diesem Fall geht es nicht um die erste Korrektur, sondern um das Vergleichsstück hierzu. Vereinfacht gesagt 1, 2, 3, 4, 5, also um die vierte Welle. Und die ist häufig ein bisschen kleiner. Nicht von der Größe. Die Größe ist gleich groß. Das sollte ungefähr so mit diesem hier korrelieren. Das durchaus. Aber da die Vorgeschichte länger ist, ist natürlich die Relation der gleichen Bewegung hinten ein bisschen kleiner. Und deshalb bieten sich so 23.6er Marke an. Ich finde, dass die zu kurz ist. Ich gehe davon aus, dass wir eher auf die tiefsten nochmal hier vom 4. April zielen. Das halte ich für durchaus realistisch. Wer übrigens eine Idee braucht und sagt, ich brauche es ein bisschen noch konkreter, nicht nur jetzt so allgemein. Der kann sich im heutigen Vorschlag beim Dow Jones, den ich vorhin rausgeschickt habe, einerseits auf Born4Trading, aber auch im Trade des Tages, also wenn ihr wollt, schaut ihr euch das mal an, dann habt ihr da konkrete Marken, wie man das Ganze vielleicht zur Umsetzung bringen kann. Also insgesamt, so richtig der bullische Markt ist es noch nicht. Im Übergeordneten, wir sehen das ja, hier ist ja nach wie vor, wir warten eigentlich drauf, dass jetzt mal die Pause kommt. Ob es dann jetzt schon die ist oder ob der Markt dann noch so ein bisschen, sagen wir mal, vorwärts eiert, so ähnlich wie er das hier gemacht hat, noch mal ein bisschen höher geht nach dieser Pause, wäre durchaus verständlich. Ich zeichne das mal so grob ein. Ich habe es eben schon mal angedeutet, vierte Welle. Also eigentlich danach gehe ich nochmal von der Aufwärtsbewegung aus und dann erst die etwas größere Pause. Das soll aber nicht das Thema des Nachmittagsvideos sein. Nochmal ganz kurz zum Einnorden allerdings, damit wir das in den richtigen Kontext bringen. Die Aufwärtsbewegung, die wir jetzt hatten, heute 25. seit 10 Uhr, also heute Morgen, ihr seht das, hier gab es Rücksetzer, hier gab es Rücksetzer, hier jetzt wieder relativ stark. Also man sieht schon, das ist recht überschneidend. Der einzige Hoffnungsschimmer ist, dass eben auch die Abwärtsseite ganz viele Überschneidungen hat. Wir sind offensichtlich im Vollkorrekturmodus. Alle Seiten sind so ein bisschen zweiflerisch. Sollen wir hochgehen? Ja, nicht so richtig. Sollen wir runtergehen? Ja, auch nicht. Also wir sehen, das ist jetzt so ein bisschen ein vor sich her Geschiebe und wahrscheinlich ein bisschen, wir warten aufs Christkind, in dem Fall warten auf den Bären, dass der mal schnell vorbeikommt. Aber wir sind dann auch froh, wenn es nach ein paar Tagen vorbei ist. So ist ja die Grundhaltung, die es offensichtlich jetzt hier aktuell gibt. Wollen wir den Dow liegen lassen? Dazu habe ich euch ja konkrete Marken schon genannt. Beim S&P sieht das nicht anders aus. Wir sehen, dass der ebenfalls dann schon deutlich jetzt hier in den Schwächemodus reinkommt. Wir hatten mal auch hier die 22. März-Hochmarke als eine Aufmerksamkeitsmarke. Ihr könntet nochmal das Tief, was wir am 6. April, ihr seht, ich habe hier mal den Knubbel. Hier habe ich es nicht ganz so genau gezeichnet. Könnte man das nicht hier auch machen? Ja, warum nicht? Wenn wir da schon dran sind, machen wir doch mal die Übung gemeinsam. Wir hatten hier etwas, wo wir im Nachhinein, im Vorhinein hätte ich immer gesagt, das ist korrektiv, weil überschneidend. Im Nachhinein würde ich sagen, das muss ein Leading sein, weil an der Stelle macht sonst eine Korrektur keinen Sinn. Dann hätte der Markt nicht im Nachgang irgendwie so jetzt laufen dürfen. Das wäre wiederum nicht so sehr passt. Wenn ihr jetzt sagt, ja im Nachhinein, na gut, die Wahrscheinlichkeit für Leadings, die Häufigkeit ist nicht so hoch. Und das ist der Grund, warum ich vorrangig immer erstmal nicht davon ausgehe, sei denn, ich habe eine dringende Erwartungshaltung für die Longseite. Na gut, das ist aber ja gar nicht mehr das Thema. Aber auch hier würde es jetzt darum gehen, dass diese, in dem Fall scharfe Korrektur vorne, vielleicht sein, ja, wieder Part findet in irgendeiner Seitwärtskorrektur. Da kann man noch so ein bisschen mit intern, ist das jetzt hier die Korrektur? Ich habe es jetzt hier schon mal so ein bisschen vorweggenommen. Ich würde fast eher sagen, das hier ist die mittlere, fünfwellige Aufwärtsbewegung. Das würde eigentlich ganz gut passen. Und wir würden jetzt vielleicht hier irgendwie so eine Seitwärtsbewegung kriegen mit ungefährer Zielrichtung. Das sind die Tiefs, die ich eben angesprochen habe. Das war 6. April. Ungefähr beim Future, wohlgemerkt, Future, hier September, äh, nicht September, um immer zu sagen, der Juno-Kontrakt. Hier oben könnt ihr das immer sehen. ES ist das Kürzel für den Mini S&P oder E-Mini S&P. Und dann habt ihr den 6.23. Also das ist der Juni-Kontrakt. Das geht also noch eine ganze Weile. Das wäre ungefähr bei 4.100. Knapp drunter ist hier ungefähr diese Marke. Und bitte, bitte, idealerweise nicht mehr dieses hier überschreiten, also unterschreiten, wohlgemerkt. Weil dann hätten wir eine Überlappung der großen Rücksetzer. Und dann ist wieder die Frage, das wird nichts mehr mit richtig Bullisch. Das ist zu viel Klein-Klein. Das gefällt mir dann überhaupt nicht. Na gut, aber darüber müssen wir im Moment noch nicht reden. Aktuell würde ich die Abwärtsseite bis ungefähr diese Marke auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Ungefähr wären hier Zielmarken, die ich eigentlich ganz okay finde. Und wenn er da drunter geht, dann sollten wir ernsthaft noch mal sprechen. Das hier wäre auf jeden Fall kein gutes Bild. Noch mal ganz kurz zum Einnorden. Wenn er dieses Zwischenhoch, 22. März durchstößt, dann habe ich so ein schlechtes Gefühl, vorläufig zumindest mal. Man muss noch nicht an die, den Teufel nicht an die Wand malen, aber dann habe ich vorläufig den Eindruck, kommt vielleicht sogar noch mal dieses Tief. Und wenn dieses Tief kommt, dieses Tief und dann das hier unten noch mal. Also ihr seht dann eventuell sogar kaskadierend, noch mal bis zum Oktober-Tief letzten Jahres. Aber darüber müssen wir noch nicht sprechen. Das hängt auch noch ein bisschen von der Art und Weise der Rückwärtsbewegung hier ab. Das macht noch nicht so arg viel Sinn. Ganz kurz nur fürs Augentraining. Nur, dass ihr, wenn ihr jetzt sagt, ja, schöner Gesamtüberblick, aber das hilft mir ja nicht. Ich muss ja eine Entscheidung jetzt vielleicht heute Nachmittag fällen. Achtet immer drauf. Korrekturbewegung, wenn ihr irgendwas, das ist buntig, das ist auch hübsch, aber wenn ihr irgendwas dreiwelliges habt, ist das nicht die starke Richtung. Das wusstet ihr hier oben übrigens nicht. Erst wenn ihr hier durch seid, wüsst ihr, ah, okay, das ist die schwache Richtung, es geht noch mal nach unten. Oder mehrfach nach, in eine Richtung strebend, in dem Fall nach oben, mit Kursüberschneidung der Gegenbewegung. Das ist eine Aufwärtsbewegung. Alle Gegenbewegungen überschneiden sich. Da habt ihr schon einen strengen Verdacht, uh, das wird nichts. Und wenn ihr dann die Unterseite durchstößt, dann gerne auch diese mit Fortsetzung nach unten. Sehr, sehr gerne. Also ihr seht, wenn ihr sowas in der Art heute Nachmittag noch mal bekommt, kann auch sowas sein, dann habt ihr schon wieder ein echtes Indiz, dass der Bruch dieser Marke dann zumindest noch mal das hier erreicht. Und so habt ihr immer zumindest eine Art Filter. Manch einer hat ja schon Handelssysteme, die sagen, ah, was du da machst, ist ja nett, aber muss man ja nicht unbedingt. Nein, muss man nicht. Wir sind da relativ puristisch unterwegs und mögen das sehr gerne. Aber wenn ihr sagt, ja, ich habe ja schon zum Beispiel Indikatorenmodell oder irgendwelchen anderen Ansatzvolumen, werde ich immer wieder gefragt. Warum sagst du nichts zum Volumen? Für uns ist das Volumen nicht so relevant. Also zumindest mal, das Volumen ist relevant, aber spiegelt sich in der Kursentwicklung wieder. Die ist für uns relevant. Nicht so sehr, an welcher Stelle, welches Volumen jetzt unbedingt war. Ja, zumindest mal in unserem Handelsansatz. Ich bin da nicht dagegen, aber in unseren Handelsansätzen kommt das nicht vor. Wenn ihr dafür schon eine Methode habt und sagt, das finde ich super klasse, ja, dann macht das halt weiter und benutzt Teile dessen, was ich euch hier jetzt sage, zum Beispiel als Filter, um dann zu sagen, naja, wenn das schon so doof aussieht und wir hier irgendwie eine Andeutung kriegen, aus welchem Handelsansatz auch immer das er dreht, naja, dann wisst ihr, es ist wohl die Abwärtsseite, die da nochmal kommt. Also im Moment, wenn ich dieses Bild hier mir angucke, so richtig glücklich werden im Sinne von, oh, jetzt Leute, das wird jetzt steigen, ist aktuell nicht zu erkennen. Vorsichtig. Das wird häufig missverstanden im Sinne von, also, es kann jetzt nicht steigen. Nein, 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 nein. Das kann als nächstes genau sowas machen. Das können wir hier an der Stelle nicht sagen. Das ist der Grund, warum ich immer wieder empfehle, zieht irgendeinen Stopp hinterher und sagt, okay, solange es in die Richtung geht, ist ja alles in Ordnung, gibt es verschiedene Methoden, die ihr machen könnt, ihr könnt euch immer an diesen Zwischenhochs orientieren und sagen, da ziehe ich halt nach, solange es feine hoch sind, ist ja alles super und dann fliege ich halt irgendwann raus und dann soll es halt nicht mehr sein. Also, ob das kommt, weiß ich nicht. Aber das ist im Moment nicht zu erkennen. Klar, ich habe es ja eben erst gemalt. Und wenn es aber käme, wäre es so auffällig, dass ich den Verdacht hätte, da wird mehr raus. Und wer jetzt zu Recht sagt, aber hatten wir nicht hier auch irgendwie sowas, richtig, dann bräuchten wir jetzt fallende Hochs und fallende Tiefs, um dann diese Aufwärtsbewegung nochmal zu bekommen. Hier haben wir, Profis würden vielleicht sagen, eher eine Seitwärtskorrektur. Das lässt sich nicht so gut umsetzen, weil die Chance-Risiko-Verhältnisse nicht so gut sind. Für mich also kein Trade. Aber wenn ich ehrlich bin, das ist ja jetzt auch nicht so super sexy hier, diesen Wackelpudding hier nach oben mit zu handeln und jedes Mal wieder, oh Gott, jetzt wird es doch wieder ein Minus. Ah, er holt sich. Ja, er hat doch wieder ein Minus. Das macht doch keinen Spaß. Zumal wir ja schon erkennen, dass das nicht die Aufwärtsrichtung ist, die man idealerweise hat und spätestens, wenn er dann nach unten durchstößt, dann ist die Kiste wohl durch. Also ihr seht, das ist keine Ankündigung, dass das nicht passieren kann. Aber dessen bedürfte es durchaus, wenn ich jetzt eben die Long-Richtung handeln möchte. Also jetzt nur irgendwie so ein bisschen wackelig hoch, damit holt man mich nicht hinterm Ofen vor. Wenn er wirklich mit dem Schub nach oben kommt, korrektiv nach unten, dann ist das was, was man gerne aufgreifen kann. Beim Nasdaq, wir sehen es. Naja gut, was erzähle ich euch? Es ist immer das Gleiche, was ich euch erzähle. Es tut sich ja auch nicht so arg viel. Die Marke, nur wenn ihr es so ungefähr einschätzen wollt, liegt in etwa bei 12.890, leicht fallend. Also das wird immer ein bisschen tiefer. Hier hinten ist schon 83, irgendwie sowas in Richtung. Ich würde mich nicht wundern, wenn er die noch tatsächlich erreicht. Und ihr seht, ich habe euch hier gestern mal ein Long-Angebot gemacht. Hat er nicht getriggert. Jetzt würde man wahrscheinlich das als Long-Angebot. Also solange wir unterhalb bleiben, ist sowieso erstmal nichts mit der Long-Seite. Und der Verdacht ist naheliegend, dass wir hier erstmal diese Marke hier auf jeden Fall nochmal angreifen. Das muss nicht so sein. Das ist kein ungeschriebenes Gesetz. Naja doch, es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Nein, also Gesetz ist es gar nicht. Aber es ist durchaus nicht untypisch, dass der Markt sich so ein bisschen, manch einer sagt auch flaggenmäßig verhält. Das heißt, so ein bisschen Orientierung. Ihr seht, hier war es kürzer. Das muss also nicht immer eins zu eins sein. Manchmal ist es genauer, manchmal ist es nicht genauer. Manchmal lädt er auch nochmal was rein. Aber im Moment gibt es hier noch kein Anzeichen für den Dreh. Aber irgendwo in diesem Bereich jetzt hier, na, den wollte ich eigentlich gar nicht malen hier, irgendwo in diesem Umfeld jetzt hier wäre dann schon eine Unterstützung. Ich würde mal den Nagel in die Wand hauen. Es ist eher auf der Unterseite dieser Linie. Dann hat man nämlich gleich mehrere Argumente. Und das wiederum ist etwas, was typischerweise mehr Leute dafür anreizt, dann zu sagen, ach komm, schließen wir halt die Short-Position. Shorts zu schließen heißt kaufen. Oder wir bauen sogar wieder langsam Long-Positionen auf, was auch kaufen heißt und dementsprechend dafür motivieren würde. Zum Abschluss noch ein Blick auf den DAX. Der hat eigentlich die Zielzone wunderbar erreicht. Wir sehen, dass hier der Anstieg, das war das fünffällige, was wir uns gestern angeguckt haben. Machen wir es mal ein bisschen größer. Dann sehen wir, dass wir die Zielzone hier wunderbar erreicht haben. 15.920 war das, 15.970 hier, so die Oberseite. Das war so in etwa die Box, die wir hier mal angedeutet haben. Die ist erreicht und sie ist überschneidend erreicht. Ihr seht, dieses Tief hier ist niedriger als das. Also das heißt, es sieht schon sehr, sehr korrektiv aus. Also dieses Hoch ist höher als das Tief hier. Das heißt, das ist überschneidend und dementsprechend sieht das sehr korrektiv aus. Allerdings, jetzt würde man ja sagen, Mensch, könnte man jetzt hier so richtig voller Begeisterung und Inbrunst, naja, schaut euch mal diesen Anstieg hier an. Also so richtig glücklich bin ich mit dem Ding jetzt hier auch, ehrlich gesagt, nicht. Wenn das hier so wackelig hier mit so viel Kursüberschneidung hier davon statten geht, weiß ich nicht so genau. Also wer gesagt hat, na komm, ich gehe hier an der Stelle mal rein, ich würde dem nicht zu sehr trauen. Man kann sicherlich jetzt überlegen, man bleibt drin, das Chance-Risiko-Verhältnis für so eine Idee ist sicherlich eher positiv. Das heißt, wenn man tatsächlich sagt, hier das letzte Zwischenhof, ich gehe hier an der Stelle rein beispielsweise, dann hat man zumindest mal eine Erwartungshaltung, dass wir ja eigentlich da oben nochmal hingehen, auch wenn das wirklich nicht so schön aussieht, aber in hoffnungsvoller Erwartung. Vielleicht ist das insgesamt die Korrektur und der Kurs geht nach oben. Stopp sicherlich dann irgendwo auf diesen Tief, das wäre jetzt 920 oder ein bisschen höher, die 78er-Marke, die liegt dann vielleicht bei 930 in etwa. Ja, das kann man fahren. Man hat eine relativ übersichtliche Risikogröße und Verhältnis dazu eine relativ gute Chance eben nach oben, wenn der Kurs sich dann nach oben tatsächlich absetzt. Machbar ist das, das ist nicht ganz so schön aktuell, aber zumindest mal eine Chance-Risiko-Verhältnis könnte die Situation retten. Nicht zwingend ein Trade, den ich jetzt dringendst umsetzen muss bei dieser Geschichte, die wir hier haben, aber zumindest mal ist die Idee der Fortsetzung nach oben beim DAX durchaus gegeben. Inwieweit das allerdings gut geht, wenn der amerikanische Markt aktuell doch so negativ drauf ist, das ist eine andere Geschichte, aber wir dürfen nicht vergessen, erstens mal, der DAX ist nicht immer exakt gleich, was die Amerikaner machen und das zweite ist, ja, vielleicht verliert man hier auf dem Markt dann ein bisschen was, während bei den anderen ja das Potenzial auf der Abwärtsseite dann entsprechend noch ein bisschen größer ist und man dann dort eben gewinnt. Also ein Ausgleich zwischen den Lungs und den Shorts und zugunsten der jeweiligen Hauptrichtung, das heißt, der Verlierer verliert ein weniger als der Gewinner auf der anderen Seite dann eben entsprechend gewinnt. So, in diesem Sinne, euch erstmal alles Gute, denkt dran, wenn ihr den Dow Jones euch genauer angucken wollt, dort hatte ich das ja mal mit konkreten Marken vorgeschlagen, schaut es euch an und guckt mal, ob das was für euch ist. In diesem Sinne, euch alles Gute und ganz liebe Grüße.